Das ist hier Herrenmühle, ja, nennt sich Mannschaft, ist aber nur praktisch so eine Wassermühle oder so. Eine Trave hier, da klappt das, ich hatte Glück, dass ich so ein kleines Auto habe, sonst wäre es platt gewesen. Die Herrenmühle, da oben war noch ein bisschen mehr, muss ich selber mal gucken. Herrenmühle am 25. April 2012.